Es wird gefragt, ob man beim Asr-Gebet vier Raqqa Sunnah gibt, wenn nicht, woher kommt diese Meinung. Die Sunnah-Gebete sind zwölf. Zwei vor Fajr, vier vor Zuhur, zwei nach Zuhur, zwei nach Maghrib, zwei nach Asher. Das sind die Sunnah-Gebete. Aber es gibt noch Nawafil, also andere freiwillige Gebete. Wie zum Beispiel, dass man vier oder zwei Raqqa vor dem Asr-Gebet beten kann. Das sind Nawafil, aber das sind nicht diese Sunnah-Gebete. Aber natürlich kann man sie beten und wird inshallah dafür belohnt.